An Justus' Geburtstag in Rocky Beach fällt den drei Fragezeichen Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews ein mysteriöses Videoband in die Hände. Die beiden Freunde hatten mit Onkel und Tante für Justus eine Geburtstagsfeier vorbereitet. Doch zur gleichen Zeit stöbert ein Dieb in den alten Sachen von Justus' verstorbenen Eltern. Das beschädigte Terpere muss er aber zurücklassen, darauf sind bruchstückhaft Justus' Vater und Mutter zu sehen, die Hinweise auf ein ungelöstes Rätsel geben. Die drei Fragezeichen verfolgen die Spuren bis zum düsteren Anwesen des ebenfalls verstorbenen seltsamen Erfinders Stephen Terrell. Dieses liegt in einem Waldgebiet im Norden Kaliforniens. Doch die Fahrt dorthin lässt sich leicht bewerkstelligen, da Justus einen Preis gewonnen hat. Er kann einige Wochen über einen Rolls-Royce samt Morton dem Chauffeur verfügen. Vor Ort erleben sie aber einen unfreundlichen Empfang durch Sheriff Hansen, der sie von dem privaten Grund und Boden vertreibt. Dazu soll noch ein Fluch diejenigen heimsuchen, die es wagen, das Schloss zu betreten. Obwohl Justus, Peter und Bob mit allen Wassern gewaschen sind, müssen sie ihren ganzen Mut zusammennehmen, bevor sie das gespenstische Gemäuer betreten. Schnell ist klar, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht. Doch damit nicht genug. Der verbissene Sheriff Hansen hat es auf die Jungs abgesehen. Und seine übersinnlich veranlagte Tochter Caroline wirft ausgerechnet auf Bob ein Auge und sieht in ihm einen Seelenverwandten aus grauer Vorzeit. Das verfluchte Schloss ist ein deutscher Kriminalfilm aus dem Jahr 2009 und der zweite Teil einer geplanten Trilogie. Der Film basiert in freier Adaption auf dem erschienenen Band der Jugendbuchreihe Die drei Fragezeichen und Das Gespensterschloss. Die drei Fragezeichen und Das Gespensters